Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wo einst war schöner Raum, befindet sich jetzt seltsames Zeug. Haufen. Ist denn kein Haufen da? Ich will nur noch über den Haufen schießen. Naja, die 100 vielleicht. Wozu? Damit das Leben noch schneller vorbei ist. Haben wir eh keine Zeit der Leute und dann wollen sie immer noch schneller werden. Naja, mein Mann, man könnte dann mehr erleben. Das ist ein Irrtum. Denn nur wo du zu Fuß warst, warst du auch wirklich. Sprach der alte Klassiker Goethe. Und er hat wirklich wahre Worte ausgesprochen. Und hier stehen diese Dinger rum. Ja, gut. Also, auf Wiederloki. hier. Technik goethe.